Hey, hey, hey! Hallo und herzlich willkommen zurück im Living Room. Rechts von mir sitzen Söhne Mannheims und links von mir zeigen wir noch nicht ganz. Es hat sich schon mal eine Band installiert, aber zu Ihnen kommen wir jetzt direkt. Aber vorher noch zu den Söhnen. Ich habe mir in der Pause noch erzählt gehabt, dass ihr in der Jugend sehr viele verschiedene Musik gehört habt. Also nicht nur Soul, wie sie heute bei Söhne Mannheims zu hören ist. Du zum Beispiel hast Metal gehört, ist das richtig? Das stimmt, ja. Also ich habe immer noch eine tiefe Bewunderung, auch hier für Leute, die in schwarz gekleidet sind und auf der Bühne stehen, finde ich super. Wirklich. Und ja, bei mir hat es angefangen eigentlich mit so Kassetten auf dem Schwarzmarkt in Polen, die ich mir gekauft habe. Das war eine Scorpions, eine Iron Maiden. Und so hat eigentlich meine Liebe zur Musik angefangen. Ich glaube wirklich, dass der Metal einen großen Teil lieber zur Musik vermittelt. Oh, wie schön gesagt.